Ach du naht Ähm, das, so Hier, Alter, nehm ich weg Oh, was haben wir hier? Deck Kann weg So, hab ich denn Alles aufgefüllt, ja Da 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 Wie viel haben wir jetzt? Okay, der schlechter Ey Ne, Click, ist das Aber, ist meistens viel besser, finde ich Und was? Ja, was wohl? Racketenwerfer? Nö Ah, explodierende Raketenwerfer noch dazu Vielleicht auch noch mal ne bessere Sniper Ich hab ne 220er Was haben wir denn da? Die bist doch normal Mg Will ich aber nicht Ich mach ne 50 Das reicht aber auch wirklich Aber die brauchen nur eine Munition Ich nehm die lieber Ich glaub die ist Was haben wir denn da? Ein Sniper Ein Geschlechter ist meins Ähm, warte mal Ja, die nehm ich Jetzt mal die Waffe suchen die ich hab Oh, schön Besser als meine die ich hab Schock und explodiert beim Nachladen wie eine Granate Okay Ja gut Ich nehm Geile Schilder Hoche Effizienz, die behalte ich ja, die hat mir so den Arsch gerettet Die Waffe Die Waffe Oh, cool Okay So Letzte Schlüssel Äh, Schong Feindlich abzubilden aufzunehmen Wird in den Rucksack gesteckt Okay Okay Sack angelegt Oder das ja So Das ist der Unterschied Ich bin Clubtrap Ich bin so blöd Genau, vielleicht sollte ich mal sowas vorher ausprobieren Elektroschaden, okay Die kann weg Die kann weg Die kann weg Das war Die Pistole geht mir auf den Sack Die kann weg Da hab ich Schockschaden schon Mal sind Der, die behalte ich 300 Das sind auch 300 Hm Ja Scheiße Der andere ist doch besser Aber Heck Na komm Wir nehmen die Ich noch ein besseres Sniper Ah, 42.000 wieder Hm Das Sniper hatte ich nicht Ich will auch noch ein anderes Sniper haben Ich mach noch Einmal So Ich guck nicht hin Ah, Pistolen Oh, drei Tokens Waffengenauigkeit Elementarschaden Ja doch Und Waffenschaden So, die kann weg Die kann weg Die kann weg Ich will noch einmal Die Gib mir doch nen Sniper Du Fackert Oh, guck mal hier, kannst du da was von gebrauchen Aber nur wirklich gebrauchen Der Rest Ich will so wieder verkaufen Was ist das? No, look Feuerrate Und Team-Up Nö Feuerrate aber Team-Up Team-Up-Klingzeit ist besser Ja, so kannst du wegkauen Dann hol ich sie weg Okay Komm ich geh jetzt auf 10 Dinger runter Ist mir jetzt Rille Ah, schon wieder ne Panzerfaust Ich hab hier eine Kapazität und shit mit 999 Bikeschaden Bikeschaden 404 Das geht nicht Bikeschaden Korrosionsbikeschaden Bikeschaden 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 Ja, ich nenne die hier Och, Mann ey Keine einzige Sniper Obwohl die nämlich War ich nicht War ich nicht Na klar, dass du das warst Oh, Inventar voll Muss ich was verkaufen Die kann weg Hey Hm? Ich guck nur Ich bin so, 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 bierig Du klaust die schon weg, du Arsch. Ja, das war meine. Ja, ich wollte doch nur mal schauen. Ne. Meine. Meins. War nicht deins. Mal gucken. Schilder schon wieder. Pistole. Nein. Die kann nicht... Voll, ich hab so viele Schlüsse. Ich kann eigentlich voll viele verballern, deswegen. Ja, aber ich würde nicht so viel verballern. Ja, ich hab 48 Stück noch. Gut, das musst du wissen, ne? Das klassische Zeug, aber nicht. Alles scheiße. Alles doch scheiße hier. Ja, alles scheiße. Damit ja... Hier, schau mal. Hey. Das sind solche Dinger. Ne, das kannst du... Ne, doch fast die beiden gleichen die ganze weghauen. Weil Pistole mach ich selten. Man darf extra ne Pistole nur verwenden einen. Ja. Wieso nicht? Ja, schieß mal auf mich, ist klar. Boah. Alter, wenn der nachläft, wirft er die noch dahin. Äh, hab ich auch. Eherlich? Warte mal. WTF. Mein Sniper ist nix dagegen. Ist dein alter Sniper besser? Schon sein. Ja, wie... Du musst doch gucken, weil dann könnten wir die vielleicht tauschen. Dann kannst du meine, die ich jetzt hab verkaufen. Verkauf deine doch selber. Ja, ich brauch doch ne bessere Sniper. Bin ich dein Müllmann? Ja, also tauscht doch nur... Oh, oh, will den! Oh, will den! Nein, ich will hinterher! Ich bin tot und die Waffe ist verschwunden. Ja? Du hast sie runtergeworfen. Ja, was kann ich denn dafür, dass sie hier runter will? Oh, das ist die Waffe weg. Ich hab die, glaube ich, nicht vorher aufgehoben, oder? Meine hatte 178. Gut, ich hab 220. Was siehst du? Fette Beute! Die, die ich jetzt hab? Äh, die, ey, fast 400. 366. Boah, nochmal ein, ey, ich krieg' nen Anfall hier. Kannst du mir jetzt mal was Besseres geben? Dankeschön. Really? Das ist doch voll die Verarsche. Sorry, dass wir das jetzt machen, aber es geht gleich weiter. Keine Sorgen. Alter! Schon wieder ne Batsch auf Faust! Mal wohl. Ey, der macht, was? Der macht 3000 Schaden? Ja, klar. 3.000 noch was. Ich hab' einen machen wir noch. Oh, der macht noch mehr Schaden, den behalte ich. Ja. Halleluja. Der macht jetzt Schaden. Der macht 3000... 4200. Aha. Ablegedauer, okay. Naja, ist egal, wenn die zum ablegen ist, sie... Dauert ja halt etwas. Guck mal, vielleicht... Guck mal hier. Was? Damit? Ist deine... Ist sie schwächer als deine? Meins meine... Deine jetzige Panzerfaust. Danke. Warte mal. Ich brauche nur lange zum Nachladen. Guck mal stehen. Was willst du denn? Warum machst du das jetzt nicht? Tauschen? Oder nicht? Ja, komm ich aus... Nee, schmerzt da hin. Hast du ausgemacht? Hm. Tauschen. Ja. Blöd. Ich habe auch, äh... Fight auch ausgestellt. Tauschen, hättest du anlassen können. Nein, wenn ich zum Beispiel da vergesse, das zu drücken. Brauche ich nicht. Kannst du nicht gebrauchen? Nee. Ich würde auch mal Sachen verkaufen. Nee, mir fällt nichts in Auge. Mir fällt gleich hier... Hättest du die Kinder jetzt ins Auge? Ist wie der Töter. So. Ich bin ready. Warte. Ich tausche mir momentan die gegen die. Und hole mir die gegen... Die erstmal. Komm mal hier. Hau dich erstmal mit Pistole und scheiß Ding weg. Na? So. Kannst du wahrscheinlich nicht gebrauchen, ne? Nö. Die ist tausendmal stärker. Die? Ach, das war nun, äh... Die Elektro-Scheiße-Ding, wenn es da rumstern. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Da wieder? Schwach. Scheiße. Laser-Waffen, die sind... Die kannst du am besten nur benutzen. Ich habe auch nur eine Laser-Waffe drin, ne? Das war's für dich. Äh, nein. Oh, Pupol. Warte, was habe ich gerade drin, ne? Schock-Schaden. Ne, ich habe Schock-Schaden drin, ne? Ne. Ich habe die Team-Rex ausgemacht. Brauchen wir ihn nicht, weil wir sowieso so schnell sterben. War ich nicht. Scheiße. Superschlecht. Scheiße. Ich habe 862. So, jetzt ist das wirklich der letzte Schlüssel. Sicher? Ja. Dann habe ich nämlich nur noch 40 Stück. 3.900. 3.900.